Helion 7 von Steinberg ist draußen. Ein riesiger Sampler, eine Fundgrube für Klänge und ein Universum für Sounddesign-Möglichkeiten, mit dem man sogar seine eigenen virtuellen Instrumente gestalten kann. Und exakt das haben wir im heutigen Tutorial vor und du kannst dabei mitmachen. Und dafür werden wir aus diesem Jambi Sound das folgende virtuelle Instrument gemeinsam gestalten. Und dabei schauen wir uns jede Menge neue Funktionen, Module und Sounds in Helion an. Du kannst das komplette Tutorial auch mit der Trial-Version von Helion nachvollziehen, die gibt es auf der Steinberg-Website zum Download, Link dazu steht unter diesem Video und die erscheint ein paar Tage nach dem offiziellen Release von Helion 7. Helion ist mein absoluter Lieblingssampler und ich freue mich, dass Steinberg das heutige Video unterstützt hat, sodass wir uns das alles gemeinsam anschauen können. Und das Instrument, das heute entsteht, funktioniert auch in jedem Fall über den Trial-Zeitraum hinaus, das heißt du kannst es in jedem Fall auch in deine zukünftigen Produktionen integrieren. Na dann, legen wir los! Ja, Helion ist in ganz vielen Stellen überarbeitet worden und sieht insgesamt jetzt noch schicker aus. Wir haben zum Beispiel eine komplett überarbeitete Media Bay und hier drin sind jetzt auch zwei neue Instrumente enthalten. Wir finden die Übersicht über alle Instrumente hier auf der rechten Seite und finden unter anderem hier Tails, eine wunderschöne akustische Gitarre, die über verschiedene Arten von Texturen verfügt, die gleichzeitig spielbar sind. Ja, außerdem finden wir hier drin das sogenannte FM-Lab. Ja, Steinberg und Yamaha haben gemeinsam ein neues Modul für FM-Synthese für Helion 7 entwickelt. Das ist ein unglaublich flexibler FM-Synthesizer, der Algorithmen integriert hat vom Yamaha DX7, vom FMX und vom TX81Z. Ja, was FM-Synthese eigentlich ist und was wir damit für Möglichkeiten bekommen, das schauen wir uns an einem späteren Punkt in diesem Tutorial an. Steigen wir jetzt an dieser Stelle in das Gestalten unseres eigenen Instruments mit Helion 7 ein. Ja, für das Gestalten unseres eigenen Instruments habe ich einen kleinen Ordner vorbereitet mit vier Dateien darin, die wir im Prozess brauchen werden. Den kannst du dir jetzt an dieser Stelle runterladen, der Link dazu steht ebenfalls unter dem Video in der Beschreibung. Und keine Sorge, dafür musst du dich nirgendwo registrieren, das ist einfach ein Download-Link und das gibt's kostenlos. Helion 7 gibt's als Standalone-Version als auch als Plugin, das du in jede beliebigen DAW integrieren kannst. Ich arbeite an der Stelle hier in Cubase und ziehe mir ganz zu Beginn mal das Jambi-Sample in mein Projekt. Ja, das ist also ein ganz einfacher, offener Anschlag auf der Jambi. Beim Starten von Helion wird uns jetzt dieses Fenster angezeigt und wir haben direkt die Möglichkeit für verschiedene Einsatzzwecke hier, das richtige Fenster zu öffnen. Wir starten hier oben mal mit dem Default-Screenset. Hier drin gibt's viele verschiedene Tabs und Ebenen, in denen wir alle möglichen Einstellungen treffen können und wir werden uns erstmal auf der rechten Seite hier oben in den Program-Tree bewegen. Hier liegt aktuell sowas wie ein leeres Gerüst für unser Instrument drin und das wollen wir zuerst mal in Helion auf den ersten Slotplatz laden. Dafür schnapp ich mir das mit gedrückter Maustaste hier von Program 1 und ziehe das auf die linke Seite in den ersten Slot. Fertig. Ja, damit wird's Zeit, unser Jambi-Sample hier reinzuladen, dass wir auch was hören können. Dafür bewege ich mich in Helion in den Edit-Tab und hier unter Mapping. Jetzt ziehe ich das Sample mit gedrückter Maustaste auf die Taste C3 und lasse es dort los. Und damit kann ich den Sound direkt spielen, wenn ich auf der Taste C3 anschlage. Es ist super einfach, verschiedene Audiodateien hier in Helion zu integrieren und wenn wir die ein Stückchen nach links und rechts ziehen, bekommen wir die Möglichkeit, die auch als gepitchte Varianten auf der Klaviatur verteilt zu spielen. Eine unglaublich wertvolle neue Funktion für Sounddesign finden wir hier oben im Tab Sample unter Decompose. Dahinter verbirgt sich die Funktion, dass wir jedes beliebige Audio-Sample in den Tonalen und den Rauschanteil trennen können. Vielleicht ist dem einen oder anderen diese Funktion aus Groove Agent oder aus Backbone schon bekannt und die steckt jetzt ebenfalls in Helion 7 mit drin und wir wollen das Ganze mal ausprobieren, indem wir diesen Jambi-Sound in seinen Tonalen und Rauschanteil zerteilen. Mit einem Klick auf das kleine S neben Tonal kann ich den Tonalen Anteil solo schalten und klicke auf der linken Seite auf Pre-Listen. Ja, das ist schon ziemlich gut getrennt voneinander. Ich würde an der Stelle aber noch ein bisschen feintunen, damit wir wirklich alle Noise-Anteile hier rausbekommen. Ich passe die Sensitivity auf der linken Seite ein Stückchen an und stelle die mal, sagen wir, auf minus 34 dB. Und der Noise-Anteil klingt so. Wow. Mit einem Klick auf der linken Seite auf Apply wird das automatisch auf das Sample umgerechnet und wir bekommen hier zwei verschiedene Versionen dieses Samples, nämlich mit tonalem Anteil und Noise-Anteil, die zusammengenommen exakt so klingen wie das Original. Der tonale Anteil unserer Jambi hat einen wunderschönen Bass-Sound und ich würde an der Stelle gerne folgendes mit euch bauen. Der Noise-Anteil, also das Geräusch des Anschlagens, soll ganz normal klingen, während danach aber der tonale Anteil einfach angehalten wird und stehen bleibt, sodass wir einen richtigen Bass-Sound bekommen daraus. Und sowas lässt sich mit Halion 7 tatsächlich wunderbar einfach umsetzen. Ich schnappe mir zuerst mal dieses tonale Sample und ziehe das mitgedrückte Maustaste in mein Cubase-Projekt und lasse es dort fallen. Damit haben wir das tonale Sample also jetzt einzeln im Projekt liegen und ich kann das hier erstmal rauswerfen aus Halion, indem ich oben auf Layer löschen klicke. Jetzt ist beim Anschlagen also nur noch der Noise-Anteil zu hören. Den möchte ich an dieser Stelle gerne ein Stückchen verkürzen, sodass von diesem Noise-Anteil nur der Anschlag-Sound zu hören ist. Dafür wechsle ich in der oberen Zeile in den Bereich Zone und klicke hier auf dieses kleine Symbol für Envelope Section. Eine Zone ist in Halion sowas wie eine Sound-Layer-Ebene, die zum Beispiel eine Synthese-Form enthalten kann oder ein Sample wie in unserem Fall. Und hier in diesem Zone-Bereich haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Sound zu bearbeiten und zu verändern. Wenn wir also eine spezielle Zone bearbeiten wollen, ist es wichtig, darauf zu achten, auf der rechten Seite halt die richtige Zeile angewählt zu haben und in diesem Fall wollen wir also mit dem Noise-Anteil der Jambi arbeiten. Hier im sogenannten Amp-Envelope können wir den zeitlichen Verlauf der Lautstärke unseres Samples bearbeiten. Wir haben also auf der vertikalen Y-Achse hier unsere Lautstärke und auf der horizontalen Achse auf der X-Achse ist der zeitliche Verlauf während eines Tastenanschlags. Ja, ich möchte, dass unser Sound nach dem Anschlagen sehr schnell leise wird und dafür bewege ich dieses kleine Quadrat und verende damit die Kurve hier drin. Jetzt haben wir wirklich nur noch das Anschlagen. Und hier drin habe ich sogar die Möglichkeit, den Lautstärkeverlauf dieser Kurve anzupassen und frei zu wählen, wie das Ganze ausklingen soll. Sehr schön. Damit wird es Zeit für unseren nächsten Layer und wir schauen uns an dieser Stelle an, wie wir den Bass-Sound gestalten können. Die Idee hier ist also, den tonalen Anteil einfach zwischendrin anzuhalten. Und dafür gibt es eine wundervolle neue Zone, die dafür geeignet ist in Halion 7, nämlich die Spectral Zone. Die finden wir hier oben auf der rechten Seite unter Program, unter Create New Zone, unter Spectral. Mit einem Rechtsklick hier drauf kann ich das Ganze direkt mal umbenennen und nenne das Ganze Bass. Und wir klicken hier im Zone-Bereich in der mittleren Zeile auf das dritte Symbol von links, nämlich Spectral Oscillator. Für alle Fans von Patch-Up 2 wird das ja ein echtes Highlight. Steinberg hat richtig viel Energie reingesetzt, die Algorithmen und Funktionen von Patch-Up 2 noch weiterzuentwickeln und für Halion 7 uns jede Menge neue Funktionen zur Verfügung zu stellen. Wir schnappen uns an dieser Stelle unser tonales Sample aus unserem Jambi-Sound und ziehen das per Drag & Drop genau an dieser Stelle in den Spectral Oscillator. Hier finden wir jetzt ein wunderschönes Wasserfall-Diagramm vom zeitlichen Verlauf unseres Samples. Ja, das ist mir im Moment noch ein bisschen zu leise, deswegen bewege ich hier unten mal den Auto-Gain-Parameter ein Stückchen nach oben, sagen wir auf 56 und damit klingt das Ganze ein Stückchen dichter. Und die beiden Lieblingsfunktionen aus Patch-Up 2 sind auch mit dabei, nämlich der Purity und der Inharmonicity-Parameter. Mit denen können wir den Sound also insgesamt ein bisschen klarer und tonaler klingen lassen oder sogar in die andere Richtung ein bisschen rauschähnlicher und unaufgeräumter. Für unsere Zwecke für den Bass hätte ich den Sound gerne ein bisschen tonaler und bewege Purity mal ein Stückchen nach rechts, sagen wir auf plus 40. Oh, da ist das Sample schon vorbei. Eines der großen Highlights im Spectral Oscillator ist, dass er uns die Funktion gibt, dass wir auch Samples irgendwo im Frequenzspektrum anhalten können. Und dafür müssen wir nichts weiter tun, als diesen Speed-Parameter hier in der Mitte auf 0 zu schieben. Und damit wird das Sample genau an der Stelle, wo unser Abspielkopf hier positioniert ist, angehalten. In unserem Fall möchte ich aber, dass das Sample von Beginn an in normalem Tempo abgespielt wird und dann erst mittendrin angehalten wird, damit wir zu Beginn den normalen Jambi-Anschlag hören und dann mittendrin diesen Bass anhalten können. Und das funktioniert in Helion 7 tatsächlich super einfach. Ich setze den Abspielkopf mit gedrückter Maustaste wieder nach ganz links und setze Speed mit Steuerung und klick darauf wieder auf 100% zurück. Jetzt wird das Sample also wieder in Original-Tempo abgespielt. Direkt neben dem Speed-Parameter finden wir Acceleration und Target. Das gibt uns die Möglichkeit, das Sample in der Wiedergabegeschwindigkeit zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Mit Target haben wir die Zielgeschwindigkeit, die wir am Ende der Acceleration erreichen wollen. Die setze ich hier also mal auf 0, sodass wir also von 100% auf 0% hier runter regeln und Acceleration stelle ich mal auf einen Wert von, ja sagen wir 40. Und da bleibt er stehen. Das kann sogar noch ein Stückchen schneller gehen, wenn ich das Ganze hier noch ein Stückchen nach rechts drehe. Sehr schön. Im Spectral Oszillator stecken hier noch viele weitere coole Funktionen, die für dieses Tutorial einfach zu weit führen, aber ich will einige davon kurz erwähnt haben. Wir haben hier zum Beispiel einen Formantenschift mit drin. Wir haben hier einen Multi-Oszillator, mit dem wir ganze 8 Instanzen unserer Sounds gleichzeitig wiedergeben und gegeneinander verstimmen können. Wir haben eine Filter-Sektion, mit dem wir das Ganze vorfiltern können. Und wir haben hier einen Analysebereich, der uns die Möglichkeit gibt, im Detail den Algorithmus zu bearbeiten, sodass er genau so arbeitet, wie wir das haben möchten. Für Halion 7 wurde das Konzept überarbeitet, wie wir hier drin Modulationen hinzufügen können. Wir finden jetzt unter jeder dieser Sektionen so einen Modulationsbereich. Und sobald wir an einem Parameter drehen, taucht er hier unten auf und wir bekommen direkt die Möglichkeit, den mit einem anderen Bereich zu verknüpfen, mit einer Modulationsquelle. Angenommen, wir stellen fest, es klingt interessant, dass wir den Purity-Parameter beim Spielen bewegen. Und wir wollen irgendwas hinzufügen, das genau diese Bewegung für uns übernimmt. Dann machen wir das mit einer Modulation. Ich stelle den Wert mal zurück auf 40 und füge jetzt hier unten in den Modulationsbereich mal einen Envelope hinzu. Nehmen wir den User Envelope hier, diesen. Der Purity-Parameter soll für uns jetzt rhythmisch nach links bewegt werden, deswegen passe ich hier unten diese Modulationstiefe in die linke Richtung an, sagen wir minus 50. Jetzt klicke ich auf diesen kleinen Pfeil hier und kann direkt zur Modulationsquelle hüpfen. Das ist also genau dieser User Envelope, den wir gerade verknüpft haben. Das ist genau so eine Funktion, wie wir vorhin für den Lautstärkeverlauf unserer Jambi genutzt haben. Nur jetzt ist auf der linken Achse nicht mehr die Lautstärke zu sehen, sondern eben diese Purity-Parameter. Und den können wir hier beim Tastenanschlag bewegen lassen. Diese Envelope-Sektion ist in Halion 7 um viele neue coole Funktionen erweitert worden, zum Beispiel den sogenannten Shaper-Envelope. Wir haben hier die Möglichkeit, die lustigsten Formen auszuwählen und die direkt im Envelope einzuzeichnen und hier sogar rhythmisch zu unserem Projekt synchronisieren zu lassen. Das gibt ungeahnte neue Soundgestaltungsmöglichkeiten, die wir mit jedem Parameter in Halion 7 verknüpfen können. Und es gibt dafür auch eine ganze Reihe von schönen Presets. Ich schnappe mir an der Stelle mal das Preset Looped 01 und da haben wir so eine schöne Funktion, die auf dem Bass wie folgt klingt. Diese rhythmische Bewegung ist jetzt also genau 4 Sechzehntel lang, also eine Zählzeit, und ist synchronisiert mit meinem Projekttempo. Mit einem Klick wieder auf diesen kleinen Pfeil hier neben der Modulation können wir wieder zurückspringen zu unserem Spectral Oscillator und hier sehen wir tatsächlich die gleiche Bewegung auf der linken Seite hier im Modulationsfeld. Hier kann ich zum Beispiel den Wert jetzt noch ein bisschen anpassen, wenn mir das zu viel von dieser Bewegung ist. Sehr schön. Der Ton, den der Bass-Sound hier wieder gibt, liegt leider knapp neben einem C, und zwar um 13 Cent ist das Ganze verstimmt. Das können wir an der Stelle korrigieren, indem wir hier oben auf die Pitch-Sektion in der Zone klicken und hier unter Fine das Ganze um minus 13 Cent nach unten pitchen. Sehr schön. Damit wird es Zeit, unseren Sound noch ein bisschen mit Effekten in Szene zu setzen. Und dafür bewege ich mich auf der rechten Seite in dem Program-Tree unter Program-Bass. Jetzt taucht hier oben diese kleine FX-Button auf und hier drin finde ich alle Audio-Effekte, die ich in Halion hinzufügen kann. Hier sind in der neuen Version von Halion 10 neue Effekte hinzugekommen und einige andere Funktionen in bestehenden Effekten ebenfalls. Zum Beispiel finden wir verschiedene Bass-Effekte, die also speziell in den Algorithmen an vor allem tiefe Frequenzen angepasst sind. Schnappen wir uns doch diesen schönen Bass-Tape-Ducking-Delay-Effekt hier oben. Den können wir einstellen und feintunen, indem wir uns im Edit-Bereich auf den linken Tab Zone bewegen. Jeder der Effekte kommt mit verschiedenen vorbereiteten Presets. Und wir können es uns hier ein bisschen leichter machen, indem wir ein solches wählen. Hier oben auf der rechten Seite unter Preset schnappen wir uns doch gleich das erste. Ja, im Mix reduziere ich ein kleines bisschen und auch Feedback. Und damit klingt das schön. Bis zu Halion 6 gab es drei verschiedene Versionen, nämlich Halion 6, Halion Sonic 3 und Halion Sonic SE 3. Das Konzept hat Steinberg für Halion 7 ganz wesentlich vereinfacht. Jetzt gibt es nämlich nur noch zwei Versionen, nämlich Halion 7 und Halion Sonic 7. Letzteres ist kostenlos verfügbar und für jeden in jede DAW integrierbar. Und wer also über verschiedene virtuelle Instrumente verfügt, die mit Halion 7 gestaltet wurden, kann die einfach in Halion Sonic importieren und dort nutzen. Und das ist auch unser Ziel für das heutige Video, ein fertiges Instrument zu haben, das sich in Halion Sonic integrieren lässt. Und Halion Sonic hat wesentlich beschränktere Funktionen als Halion 7. Wir haben also nicht dort den Zugriff auf all diese Funktionen, die hier im Hintergrund verfügbar sind. Aber wir können verschiedene dieser Funktionen auf die Frontpage bringen, auf die sogenannte Macro Page und unserem Nutzer damit die Möglichkeit geben, auch solche Effekte hier noch fein zu tunen. Und genau das wollen wir hier an dieser Stelle mal für das Bass Tape Ducking Delay ermöglichen und machen einen Rechtsklick hier auf den Time Parameter und assignen das zu Quick Control 1. Das taucht also jetzt hier unten auf und ist dann später im Instrument genau an dieser Stelle verfügbar. Feedback verknüpfe ich mit dem Quick Control Nummer 2. Dann schnappe ich mir mal noch den Tone Regler und den Mix Regler. So und damit haben wir die ersten vier von acht Quick Controls zugeordnet. Okay, als zweiten Effekt möchte ich hier gerne einen Reverb hinzufügen und schnappe mir an der Stelle hier Reverence. Das ist ein Faltungshall, den wir schon aus Cubase kennen und der bringt unglaublich schöne Funktionen mit und hat in Halion 7 die Möglichkeit, eigene Impulsantworten zu importieren. Ein Faltungshall arbeitet also mit Samples, die entweder in einem Raum real aufgenommen wurden oder synthetisch erzeugt werden. Und die werden von unserem Faltungshall auf den Sound drauf gefaltet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, beliebige eigene Samples dafür zu importieren und hier drin einfach zu nutzen. Und es gibt online eine riesengroße Anzahl von frei verfügbaren Impulsantworten. Ich stelle euch unter dieses Video in der Beschreibung mal ein paar Links zusammen, wo es kostenlose Impulsantworten gibt, die ihr einfach runterladen und an dieser Stelle importieren könnt. Hier oben auf der linken Seite unter Import Impulse Response. Der Einfachheit und Zeitwegen wollen wir uns an der Stelle wieder auf ein Preset beschränken und wandern in den Bereich Studio und schnappen uns hier mal das New York Studio A. Den Mix wollen wir vielleicht ebenfalls ein Stückchen anpassen. Sehr schön. Und wir verknüpfen wieder vier Parameter mit den Quick Controls, nämlich zuerst die Zeit des Reverbs, dann die Raumgröße. Dann schnappen wir uns vielleicht noch den Mix aus den Early Reflections und dem Tail. Und als viertes und letztes hier drüben den Mix Parameter. Sehr schön. Außerdem ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um unser Instrument mal insgesamt zu benennen. Das heißt im Moment nämlich noch Program One. Mit einem Rechtsklick auf diesen unspezifischen Namen auf der rechten Seite können wir das Ganze umbenennen unter Rename. Und ich dachte mir, wir können das Ganze vielleicht Jam Base nennen. So was. Nun kommen wir zurück auf ein Thema, das wir bereits zu Beginn angeschnitten hatten, nämlich die FM-Synthese. Auf der rechten Seite oben klicke ich auf Create New Zone und füge uns hier eine FM-Zone hinzu. Und damit wir die einzeln hören können, schalte ich die anderen beiden Layer darüber einfach mal auf Mute zum Stumm schalten. FM steht für Frequenzmodulation und ist eine einfache Signalmodulation, die wir unter anderem aus der Radiotechnik kennen. Vielleicht kennst du den Begriff FM-Radio. Dort wird grundlegend die gleiche Technik verwendet, um Audiosignale über weite Distanzen übertragen zu können. Und hier im Synthesizer haben wir damit unglaublich viele Soundgestaltungsmöglichkeiten. Wie funktioniert das Ganze? Für eine Frequenzmodulation brauchen wir mindestens zwei Signale. Der eine ist der sogenannte Carrier und der andere ist der Modulator. Im allereinfachsten Fall sind beides Sinuswellenformen. Hier in der FM-Zone haben wir standardmäßig tatsächlich auch immer Sinuswellenformen eingestellt. Die sehen wir unter Frequency. Hier. Ja, so klingt der Sinus und der wird hier drin erzeugt von einem sogenannten Operator. Insgesamt verfügt unsere FM-Zone über acht verschiedene Operator. Und die sind hier auf der linken Seite alle in verschiedenen Farben zu sehen. Jeder dieser Operator kann sowohl Carrier als auch Modulator sein. Und wir können tatsächlich einstellen, welche Funktion welche hiervon übernimmt und welche wir überhaupt nutzen wollen. Fangen wir mal lieber ein bisschen einfacher an und wechseln hier oben in diese Algorithm-Page und reduzieren das Ganze erstmal auf zwei verschiedene Operatoren. Eine davon soll Carrier sein und der andere Modulator. Mit gedrückter Steuerung-Taste klicke ich hier unten auf die verschiedenen 81-Werte, bis auf den beim vierten Operator. Den wollen wir drin behalten. So soll das aussehen. Hier in der unteren Zeile ist unser Ausgang. Wir können also die Operator nur dann hören, wenn die hier unten verknüpft sind und hier ein Lautstärkewert eingestellt ist. Und wenn wir einen Operator mit dieser Zeile hier unten verbinden, wird er automatisch zum Carrier. Also den Carrier können wir letztendlich hören. Dennoch kann ich nichts hören, wenn ich eine Taste anschlage und das liegt daran, dass im Operator selbst müssen wir noch die Lautstärke aufdrehen. Doppelklick drauf und wir landen hier im Level-Bereich für den Operator Nummer 4 und ich drehe hier unten Level einfach auf Maximum. Da sind wir wieder. Frequenzmodulation bedeutet nun, dass wir für dieses Sinus-Signal, was wir hier haben, die Frequenz, also die Tonhöhe, kontinuierlich verändern. Ist also im Prinzip das gleiche, wie wenn ich den Ton gedrückt halte und mit dem Pitch-Band-Draht den Ton nach oben und unten wandeln lasse. Nur das wollen wir sehr viel schneller und sehr viel intensiver gestalten. Wenn ich diese Bewegung in einer Geschwindigkeit von 30 Hertz oder schneller mache, können wir tatsächlich nicht mehr die Tonhöhe-Schwankungen hören, sondern es entsteht ein neuer Klang. Und damit ich das nicht selber hier am Pitch-Band-Draht übernehmen muss, macht das unser Modulator für uns. Dafür können wir uns also zum Beispiel den Operator Nummer 3 schnappen und ihm sagen, dass er in einer bestimmten Geschwindigkeit unseren Operator Nummer 4 in der Frequenz modulieren soll. Ich wechsle dafür wieder in die Algorithm-Page und kann jetzt den Operator Nummer 3 mit dem 4. verknüpfen, indem ich hier diesen Parameter einfach nach oben reguliere. Setzen wir den zum Beispiel mal auf einen Wert von 40. Anschließend ein Doppelklick auf den Operator Nummer 3 und wir wollen hier ebenfalls das Level nach oben regeln, damit überhaupt Signal rauskommt. Jetzt klingt das Ganze so. Beide Operatoren, der Modulator und der Carrier, liegen aktuell auf der exakt gleichen Frequenz und geben eine Sinuswellenform von sich. Und der Sound wird entsprechend komplexer und kann auch sehr schräge Formen annehmen, wenn wir diese beiden Operator gegeneinander verstimmen, beziehungsweise wenn wir die Wellenformen ändern. Frequenzmodulation Die Modulation klingt dann besonders eingängig, wenn die Frequenzverhältnisse zwischen den Operatoren ganzzahlige Vielfache voneinander sind. Also zum Beispiel im Verhältnis 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4 und so weiter. Das klingt besonders harmonisch. Ja, sowas kommt da zum Beispiel zustande. Und bis dahin klingt das alles auch noch so, als ob man sich vorstellen kann, was hierbei passiert. Aber wirklich schräg wird's, wenn wir den Modulator selber mit einem Modulator verknüpfen, also sozusagen ein Signal, das das Signal moduliert, das letztendlich unseren Carrier moduliert, einfügen. Nichts leichter als das. Wir wechseln wieder in die Algorithm-Page und fügen hier den Operator 2 als Modulator hinzu für den Operator 3. Ich stelle das Ganze mal, sagen wir, auf 80. Und wieder Doppelklick drauf und das Level aufdrehen. Ja, wird schon entsprechend komplexer im Sound. Außerdem hat jeder der Operatoren die Möglichkeit, einen Feedback-Loop zu verwenden. Also das eigene Signal zu nutzen, um sich selbst zu modulieren. Das machen wir mal mit dem Operator 2. Und das Ganze können wir im Moment noch nicht hören, weil ich hier unten diesen Feedback-Parameter auf 0 gestellt habe. Wenn der extrem hoch eingestellt ist, wird daraus sogar richtiges Rauschen. Cool. Und stellen wir uns vor, wir wollen dieses Rauschen nur am Anfang unseres Tastenanschlags hören und danach eben lieber den klaren Ton. Dafür wechseln wir wieder in den Operator 2, in das Level und können hier diesen oberen Bereich, die Hüllkurve, den Envelope, nutzen, um dieses Signal jetzt relativ schnell ausklingen zu lassen. Und wir setzen an dieser Stelle einfach diesen einen Punkt nach unten, sodass das relativ schnell ausklingt. Also nur der Operator 2. Der Rest ist weiterhin zu hören. Ein bisschen schneller. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen Brush-Anschlag zu Beginn unseres Sounds. Oh, und vielleicht wollen wir diesen Feedback-Parameter später im fertigen Instrument mit dem Mod-Wheel, dem Modulationsrad, an unserem Keyboard steuern können. Nichts leichter als das. Ich klicke den einfach nur an und füge hier unten bei Plus das Mod-Wheel hinzu. Das steht hier ganz unten, Modulation-Wheel. Die Modulationstiefe schiebe ich nach ganz rechts, stelle Feedback auf 0 und damit haben wir die Verknüpfung genau so, wie wir die haben wollen. Wenn ich also eine Taste jetzt anschlage, ist davon von dem Noise nichts zu hören, sondern es klingt ganz clean. Und sobald ich das Mod-Wheel nach oben stelle, ist dieses Noise-Geräusch zu hören. Hier gibt es sogar einen kleinen Regler, mit dem ich insgesamt die Modulation von all den verschiedenen Operatoren hier drin gleichzeitig skalieren kann nach oben oder unten. Sehr schöne Funktion. Außerdem möchte ich den Sound hier so einstellen, dass wir den Ton nur am Anfang hören können und der auch relativ schnell wieder ausklingt. Dafür klicke ich auf Operator 4, sodass also der Carrier ebenfalls durch den Amp-Envelope ausgefadet wird, aber ein bisschen langsamer. Oder zu langsam. So was ist schön. Die Verknüpfung und Zuordnung davon, welcher Operator hier als Modulator oder als Carrier fungiert, nennt man Algorithmus. Und ganz viel davon, wie so ein FM-Sound eigentlich klingt, bestimmt der Algorithmus, der hier verwendet wird. Und tatsächlich verfügt die FM-Zone über einen Finder, mit dem wir unglaublich viele verschiedene Algorithmen zur Verfügung haben, die wir einfach per Klick jetzt wechseln können zwischen verschiedenen Settings. Und dort stecken jede Menge Algorithmen aus legendären FM-Synthesizern, wie zum Beispiel dem Yamaha DX7 drin, aber auch jede Menge sehr neue, interessante und sehr moderne Verknüpfungen. Und das ist eine richtige Spielwiese, hier jetzt verschiedene Algorithmen auszuprobieren. Alles genau mit unseren gleichen Operatoren, mit exakt den Einstellungen von vorher. Außerdem haben wir hier drin eine Import-Funktion, die uns den Import von SYX-Dateien ermöglicht, also die Dateien, die man letztendlich auch vom DX7 zum Beispiel exportieren kann. Und davon gibt es ebenfalls jede Menge online zu finden, die man sich einfach runterladen kann und damit hier eine riesige Klang-Bibliothek aufbauen kann. Ich stelle euch dafür mal ebenfalls ein, zwei Seiten unter das Video, wo es solche SIX-Dateien zum Runterladen und Integrieren gibt. Okay, das als kleiner Einblick in die FM-Zone und wir hören uns das Ganze mal zusammen mit unseren beiden bestehenden Layern an. Sehr schön! Ich bin klanglich sehr zufrieden mit unserem Jam-Bus und jetzt geht es darum, eine Benutzeroberfläche hierfür zu kreieren, für die Macro-Page. Also so eine kleine Benutzeroberfläche, wie wir sie zum Beispiel vorhin bei Tails gesehen haben, also dass dort vielleicht noch ein paar Regler mitzufinden sind, mit denen wir verschiedene Dinge am Sound feintunen können. Dafür gibt es in Halion den sogenannten Macro-Page-Designer. Ich mache mal einen Rechtsklick hier oben, zum Beispiel auf Options und klicke auf Undock. Ich mag das nämlich, das in einem extra Fenster zu machen. Das kann ich mir ein bisschen größer ziehen und sehe mehr davon. Kleiner Klick hier oben auf das Dreieck und ich öffne hier den Macro-Page-Designer Extended. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass wir auf der rechten Seite im Program-Tree auf das oberste klicken, also da, wo Jambus steht, wo also unser Programm in der obersten Ebene reingelegt ist. Da klicke ich drauf und kann jetzt im Macro-Page-Designer auf der linken Seite eine neue Macro-Page erstellen lassen. Hier ist alles skalierbar und es ist gerade auf meinem Mac-Bildschirm vielleicht auch eine gute Idee, das Ganze ein bisschen anzupassen, so dass wir auch wirklich alles sehen können hier. Sehr schön. Wir können in Halion unsere Macro-Pages separat speichern, hier oben über das kleine Speichern-Symbol. Im Moment ist hier tatsächlich nur ein Hintergrund zu sehen und den möchte ich an der Stelle gerne rauslöschen, indem ich links auf Back klicke und auf Entfernen. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet und das finden wir in dem Ordner, den wir hier zu Beginn runtergeladen haben. Denn dort liegt ein Hintergrund, Jambus heißt der. Und den ziehe ich per Drag & Drop einfach hier rein und lasse den auf dem Hintergrund fallen. Das ist quasi unser Hintergrund, auf den wir jetzt verschiedene Regler oder Elemente hinzufügen können. Wenn wir den richtig einpassen wollen, ist es eventuell sinnvoll, hier oben auf Position zu klicken, und hier die Position auf 0,0 zu setzen, damit das wirklich ganz links oben anliegt. Sehr schön. Das ist also einfach der Hintergrund für unsere Benutzeroberfläche der Macro-Page. Und hier wollen wir jetzt noch kleine Elemente hinzufügen, so dass wir verschiedene Regler damit verknüpfen können. Dafür klicke ich hier unten auf Browser, auf Root und habe hier die Möglichkeit, unter verschiedenen Ordnern hin und her zu wechseln, in denen verschiedene vorgestaltete Elemente liegen. Ich klicke mal unten auf Vector Controls und hier auf Nobs. Hier finden wir verschiedene Nobs, die für uns vorgestaltet wurden und die wir jetzt hier einfach reinziehen können mit gedrückter Maustaste. Zum Beispiel hier Blau für die Jambi, Grün für den Bass und Rot für die FM-Synthese hier drüben. Für jedes der Elemente auf der Macro-Page kann man auch eigene Grafiken verwenden. Der Einfachheit halber wollen wir das aber hier mal mit den Presets machen. Das Schöne ist, dass wir in Halion 7 jetzt auch SVG-Grafiken hinzufügen können. SVG ist ein Format für skalierbare Vektorgrafiken. Also damit lassen sich solche verschiedenen grafischen Elemente auch im Nachhinein in der Größe verändern, ohne dass sie dabei an Qualität verlieren oder pixlig werden. Und es gibt sogar die Möglichkeit hierbei mit einer Skript-Sprache das Ganze während der Laufzeit zu verändern mit dem Lua-Skript. An der Stelle geht es dann aber hier in die Programmierung und das wird für dieses Tutorial deutlich zu komplex. Aber um das zu demonstrieren, wir können mit gedrückter Steuerung-Taste einfach alle drei Nobs gleichzeitig auswählen und jetzt kann ich die gemeinsam hier skalieren und kleiner machen. Und mit gedrückter Steuerung-Taste markiere ich MIDI nochmal und kann die mit gedrückter Alt-Taste duplizieren, sodass ich also zwei Versionen davon direkt untereinander habe. So haben wir also sechs verschiedene Drehregler, die wir jetzt mit Funktionen belegen können. Sagen wir zum Beispiel, dass der obere jeweils für die Lautstärke da ist. Also ich würde die tatsächlich mit Level benennen. Dafür klicke ich ein solches Element an und kann auf der linken Seite hier in den Properties unter Label einen Begriff eingeben, der darunter stehen soll. Also zum Beispiel Level. Das mache ich hier mit den ersten Dreien. Und jetzt brauchen wir noch schöne Funktionen, die wir auf die unteren drei legen wollen. Den zweiten Regler für die Djembe würde ich mal mit Decay betiteln und die anderen beiden nenne ich Mod für Modulation. Was genau damit gemeint ist, schauen wir uns gleich an. Der letzte Schritt, um die Macro-Page funktionsfähig zu machen, ist jetzt die verschiedenen Parameter mit diesen Reglern, die wir gerade positioniert haben, zu verknüpfen. Das geht in Halion 7 super einfach. Wir brauchen tatsächlich diese Funktion einfach nur per Drag & Drop reinzuziehen auf die Macro-Page. Für den Lautstärke-Parameter unserer Djembe klicke ich auf den entsprechenden Layer, muss den also auf der rechten Seite auswählen und kann jetzt hier in der Parameterliste nach dem entsprechenden Parameter suchen. Den finden wir unter Amp. Hier ist das Level und mit gedrückter Maustaste kann ich das einfach draufziehen und fertig. Das gleiche mache ich für unseren Bass-Layer. Hier ist Amp sogar schon geöffnet. Wunderbar. Ziehe ich da drauf und für die FM-Zone kann ich das ganz genauso machen. Und damit sind die ersten drei schon mal richtig verknüpft. Das können wir direkt testen, indem wir hier oben auf dieses kleine Play-Symbol klicken. Ich klicke da drauf, spiele einen Ton und ziehe zum Beispiel mal die Djembe komplett raus. Weg ist sie. Oder den Bass weg und die Djembe wieder dazu. Funktioniert alles, wie es soll. Mit Steuerung und Klick auf die Buttons kann ich die Nobs zurücksetzen auf ihre Standardposition und das Play-Symbol wieder deaktivieren. Der Decay-Parameter soll dafür da sein, die Länge unseres Percussion-Sounds einzustellen. Dafür klicke ich wieder auf den Djembe-Layer und wechsle hier unten unter Sound auf den Amp-Envelope, die Envelope-Sektion, die da. Es gibt hier drin noch andere Möglichkeiten, verschiedene Parameter mit den Nobs hier drin zu verknüpfen und eine andere schauen wir uns genau an der Stelle an mit einem Rechtsklick hier mitten rein in den Amp-Envelope. Hier kann ich ein Stückchen nach unten scrollen und sehe die verschiedenen Parameter, die mir zur Verfügung stehen. Schnappe mir hier Decay und klicke hier unter Decay auf Connect to Macro Page. Jetzt kann ich auf der Macro Page rechtsklicken auf diesen Decay-Parameter und den Connecten, genau zu diesem gerade ausgewählten Parameter. Sehr schön. Wieder testen. Macht exakt, was er soll. Sehr schön. Für unseren Bass-Sound hatten wir mit dem Shaper Envelope eine sehr schöne rhythmische Modulation gestaltet und die möchte ich hiermit gern steuern lassen, sodass man die verstärken oder verringern kann. Dafür klicke ich hier auf den Bass-Layer und wechsle hier auf unseren Spectral Oscillator. Hier knapp drunter finden wir genau die Modulation, die wir hinzugefügt haben, für den Purity-Parameter. Und genau hier im Feld der Modulation wollen wir die Modulationstiefe verknüpfen mit der Macro Page. Rechtsklick drauf, wieder Connect to Macro Page und das gleiche Spiel hier auf der Macro Page wieder connecten. Super. Und für die FM-Zone verknüpfen wir an dieser Stelle genau den Modulation-Skalierungs-Parameter. Den finden wir hier unten ebenfalls unter der FM-Oscillator-Section und ein Stückchen runter auf der linken Seite hier die Mod-Levels. Das ist der Parameter, den ich verknüpfen möchte. Auf Connect to Macro Page und damit ist auch der sechste verknüpft. Super. Das Ganze nochmal testen. Das klingt spannend. So, Play-Button wieder deaktivieren und ich speichere das Ganze ab. Jetzt steht ein letzter Schritt bevor, indem wir das gesamte Instrument, so wie es jetzt fertig gestaltet ist, packen, so dass es dann später auf jedem anderen Computer installierbar ist und auf Helion Sonic läuft. Um jetzt aus unserem Instrument ein spielbares Instrument für Helion Sonic zu gestalten, müssen wir zuallererst ein Preset erstellen, das in Helion Sonic funktioniert. Dafür klicken wir auf der rechten Seite im Program-Tree mit der rechten Maustaste auf unser Instrument GemBus in der oberen Zeile und finden hier unter Import-Export die Funktion, das Ganze als VST3-Preset zu exportieren. Dieses Preset hier nenne ich GemBaseExport und habe hier rechts daneben die Möglichkeit, das Ganze als Helion Sonic Layer zu exportieren. Das ist die Option, die wir hier an der Stelle aktivieren wollen und können gleichzeitig sogar noch mit aktivieren, dass die Files, die wir hier drin verwendet haben, mit exportiert werden, also alles, was hier an Dateien mit eingebettet ist. Die Attribute auf der rechten Seite können wir erstmal freilassen, um die kümmern wir uns später und bestätigen unten mit OK. An dieser Stelle prüft Helion 7 für uns, ob das Ganze wirklich in Helion Sonic läuft oder ob es irgendwelche Inkompatibilitäten gibt. Das ist eine wunderschöne neue Funktion in Helion 7, die den Prozess dieses Exports wirklich leichter machen. Und in diesem Fall muss das Voice Management noch aktiviert werden im Instrument. Das können wir automatisch fixen lassen, indem wir hier unten rechts auf Fix klicken. Und der Flex-Phraser ist hier nicht integriert. Das ist also ein Element, das in jedem Helion Sonic Instrument enthalten sein muss. Haben wir an der Stelle nicht eingefügt und das kann Helion 7 für uns nachträglich tun. Das verwenden wir auch gar nicht. Das wird einfach integriert und das exportieren wir mit. Ist gar nicht so relevant für uns. Ja, und mit diesen beiden kleinen Anpassungen hat das funktioniert und unser Preset wurde exportiert. An dieser Stelle möchte ich Helion 7 schließen und öffne jetzt Helion Sonic auf einer neuen Instrumentenspur in Cubase. Darin können wir jetzt das Preset gestalten oder die Presets, die wir da integrieren wollen. Auf meinem Computer finde ich im entsprechenden Exportordner jetzt das VST3 Preset, das wir gerade eben exportiert haben und kann das mitgedrückte Maustaste in Cubase reinziehen und auf dem ersten Layer in Helion Sonic 7 fallen lassen. Das ist wirklich cool geworden. Wir testen hier nochmal, dass auch in der Makropage alle Funktionen funktionieren und dann sieht das Ganze auch gut aus. Ja, das klappt. Und genau an dieser Stelle haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedene Presets mit unserem Instrument zu gestalten, indem wir die verschiedenen Parameter hier anpassen und unterschiedliche Sounds damit erzeugen. Und jedes davon können wir jetzt hier aus Helion Sonic 7 exportieren mit einem Rechtsklick drauf unter Export Program. Für unsere Zwecke soll ein einziges Preset hierbei genügen, aber du kannst das jederzeit erweitern und auch mehr Presets anlegen. So, ich klicke auf Exportieren und habe jetzt die Möglichkeit, hier auf der rechten Seite die Attribute für diesen Sound zusammenzustellen. Hierbei sollten ein paar grundlegende Attribute jedes Mal mit eingegeben werden, damit die Integration in den Helion Library Manager auch richtig funktioniert. Wir legen auf jeden Fall hier oben eine Kategorie fest. Ja, das Ganze findet sich im Bereich Bass unter Other, würde ich sagen. Und wir legen hier einen Style fest, für den unser Instrument gut geeignet sein könnte. Zum Beispiel für Popmusik. Außerdem wollen wir dem Sound mindestens eine Property hinzufügen, also eine Eigenschaft, wie sich der Sound mit Worten beschreiben lässt. In dem Fall zum Beispiel Deep könnte man hier eingeben. Außerdem braucht das Preset einen Autor. Hier schreibe ich also einfach meinen Namen rein und habe die Möglichkeit, hier unten einen Library Name, also GemBase haben wir das Ganze genannt, und einen Library Manufacturer. Das ist in meinem Fall meinhomestudio.de. So, das sind Attribute, die wichtig sind. Und dann können wir das Ganze exportieren, sogar wieder mit den Files, wenn wir möchten. So, das Preset nenne ich jetzt einfach GemBase. Sehr gut. An diesem Punkt können wir Helion 7 wieder schließen. Und das Einzige, was wir jetzt brauchen, um das ganze Instrument in Helion 7 zu packen, ist tatsächlich die eben exportierte Helion Sonic VST3 Preset Datei. Und die finden wir im Exportordner von Helion Sonic. Okay, wo packen wir die denn jetzt hin? Wir öffnen wieder Helion 7, öffnen uns wieder ein separates Fenster, und ich wechsle in diesem Fall in den Library Creator. Das ist dieser Bereich hier in Helion 7. Den Library Creator kann man sich wie ein komplett separates Programm vorstellen, das ausschließlich dafür da ist, die Libraries zusammenzustellen und zu exportieren. Und genau hier rein ziehen wir unser exportiertes Helion Sonic Preset, oder in dem Fall, wenn du mehrere hast, kannst du hier auch mehrere reinziehen. Okay, ich schnappe mir das und ziehe das auf der linken Seite in VST Sound 1 hier in den Ordner rein. Und hier im unteren Bereich vom Library Creator sehen wir, welche verschiedenen Samples hier mit drin stecken, beziehungsweise welche VST Sounds hier mit eingebettet sind. Und die wollen wir ebenfalls mit integrieren, die gehören jetzt zu der Library mit dazu. Die kann ich also ebenfalls auswählen und hier oben in den VST Sound Ordner reinziehen und füge die damit hinzu. Auch die Impulse Library von Reverence wollen wir mit integrieren und dafür klicke ich hier auf den kleinen Assign Samples Button. So, wir finden die alle hier drin und damit haben wir alle Dateien zusammen, die hier zusammen gepackt werden sollen. Jetzt geht es nur noch darum, das Ganze zu benennen. Also hier zum Beispiel statt VST Sound 1 könnte hier wieder Jam Bass drin stehen. Den Namen gebe ich hier drüben nochmal mit ein. Und hier auf der linken Seite gibt es ein paar Properties, die wir noch festlegen müssen, um das Ganze exportieren zu können. Hier oben im linken Bereich importieren wir zum Beispiel zwei verschiedene Bilder in unterschiedlichen Formaten, die dann später in der Media Bay genutzt werden, um das Instrument anzuzeigen. Und da brauchen wir einmal 90x90 Pixel. Das findest du ebenfalls mit in dem Ordner, den wir zu Beginn runtergeladen haben. Und als zweites brauchen wir 90x60 Pixel. Das wäre diese Version. Sehr schön. Dann füllen wir noch die paar kleinen Zeilen hier aus. Es braucht also einen Namen beziehungsweise einen langen Namen, falls es eine längere Version davon gibt. Und der Manufacturer soll wieder drinstehen. Hier als Family wählen wir Helion Sonic aus, dass das auch später in Helion Sonic funktioniert. Und wählen hier unten einen Output Path, also einen Ordner auf unserem Computer, in dem das fertig gerenderte Instrument dann abgespeichert werden soll. Ich habe dafür hier in unserem Ordner mal den Ordner Library Export angelegt. Und genau hier möchte ich das Ganze speichern lassen. Tatsächlich lassen sich solche Library Creator Files auch insgesamt abspeichern, dass wir all diese Daten nicht erneut eingeben müssen, falls wir das mal wieder rendern wollen. Dafür einfach hier oben auf Save Library klicken. So, sehr schön. Damit sind wir fertig und wir können schlussendlich das Ganze rendern. Und das geht mit dem klitzekleinen Play Button hier oben, Build Library. Ich klicke drauf und der Computer ist sehr, sehr schnell fertig, ein 631 Kilobyte großes File zu erstellen. Wir bekommen also hier vom Library Creator ein kleines Log File, in dem wir sehen, welche Files hier alle hinzugefügt wurden und dass das Ganze erfolgreich war. Ja, wundervoll. Ja, und das ist der Punkt, an dem wir fertig sind. Wir finden im Library Export Ordner jetzt ein File, das heißt JamBase VST Sound. Und genau dieses File können wir jetzt verschicken, kann auf anderen Computern einfach installiert werden per Doppelklick und wird damit in Halion Sonic integriert. Also überall da, wo Halion Sonic 7 installiert ist, lässt sich das einfach per Doppelklick in den Library Manager integrieren und wir finden das dann hier einfach in der Liste. Da ist es drin. Und sobald jetzt Halion 7 oder Halion Sonic SE geöffnet wird, finden wir das dort auch in der Media Bay. Ja, hier auf der rechten Seite ist es aufgetaucht und sobald wir da draufklicken, finden wir das eine Preset, das wir erstellt haben hier und können das jederzeit aufrufen. Okay, damit haben wir unser eigenes, komplettes, virtuelles Instrument gestaltet und das ist auf jedem Computer verwendbar, auf dem Halion Sonic installiert ist. Ich hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick in die unzähligen Möglichkeiten gegeben, die wir mit Halion 7 haben bei der Soundgestaltung und beim Bauen eigener Instrumente. Mich interessiert, ob das Gestalten eigener Instrumente mit Halion 7 für euch ein Thema ist, in das ihr gern tiefer einsteigen wollt. Falls dem so ist, würde ich vielleicht für unseren Pro-Member-Bereich auf mein-homestudio.de einen Video-Workshop zu diesem Thema machen. Ihr findet unter dem Video einen Kommentar von mir mit genau dieser Frage. Zeigt mir das gern, wenn es euch interessiert, mit einem Daumen nach oben. Ja, ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Freude auf dem Sounddesign-Spielplatz Halion 7 beim Gestalten eurer eigenen Instrumente und Sounds. Den Link zu Halion 7 findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Vielen Dank an Steinberg fürs Unterstützen dieses Videos und wir sehen uns beim nächsten. Alles gut.